Hallo, ich bin René vom Waffenhandel Becker und wir wollen mit euch gemeinsam heute eine SICK anschauen und zwar die X5SO. Aber schauen wir mal gemeinsam rein in den Koffer, was die Waffe so zu bieten hat. Nun zu unserer Waffe hier, ganz normalen Köfferchen, so kommt es an wie alle SICKs. Und wir stoßen natürlich zuerst wieder auf die Bedienungsanleitung. Ja, wie man es von sie kennt, Universalbedienungsanleitung, ehrlich gesagt, bunt bebildert, alles bei. Da kann man sich nicht vertun, was wie zu reinigen ist, auf was zu achten ist, in Deutsch und natürlich in Englisch, also mehrsprachig. Dann kommt die Waffe natürlich mit einem Anschlussbild, einer Anschlussscheibe dazu, so wie es von SICK kennen. Und die Waffe selbst hier im Köfferchen. So mal zu unseren technischen Daten, also eine X5 P226 SO, Kaliber 9 mm Luger, Magazinkapazität hier 19 Patronen. Waffengewicht 1235 Gramm. Den Jetfunnel haben wir hier unten dran. Und das Abzugsgewicht liegt bei 1800 Gramm. Was mir gleich auffällt, was mir gut gefällt, ist das Griffstück. Also bei mir bei der Hand passt das ausgesprochen gut. Also liegt mir ausgesprochen gut in der Hand die Waffe. Wenn wir uns die Waffe hier mal anschauen, und zwar die Visierung. Ist eine starre Visierung verbaut und wenn man hier genau schaut, hat man hier quasi das Korn hier vorne und in der Kimme nochmal einen weißen Strich. Also ich finde das zum Ziel ausgesprochen schön. Da hat man quasi nicht nur den Lichtspalt links und rechts bei der Kimme, sondern tatsächlich auch nochmal hier diesen weißen Strich als Hilfe und Unterstützung beim Zielen. Ansonsten was man machen könnte, was hier geht, Schraube lösen, Sprengring rausnehmen, Stift rausnehmen und man kann diese starre Kimme hier rausbauen und sich tatsächlich eine andere Kimme, wenn man das möchte, könnte man sich einbauen. Zum zerlegen, relativ einfach, wie bei allen sechs. Und zusammensetzen, ungehörte Reihenfolge. Wo man so ein bisschen aufpassen muss, was schon mal jemand passiert ist, beim Einsetzen hier der Feder nicht aufgepasst und die Feder hier verbogen. Das Einzige ist mir nicht passiert, ich kenne einen einzigen Fall, dem ist es tatsächlich passiert. Das war sicherlich auch keine Absicht. Hat er einfach ein bisschen zu schnell gedrückt und gemacht. Und hier hinten haben wir unsere beidseitige Sicherung. Für alle, die das in Wettkampf nutzen müssen, wie auch immer. Und dann 1800 Gramm Abzugsgewicht. Ich finde schöne Waffe, zugelassen im BDMP zum Beispiel für Dienstpistole 1 und 2. Ja, hier die X5 SO. Wirklich eine schöne Waffe, die mir gefällt, so von der Haptik, ich habe es schon gesagt, die man schießen kann. Zum Beispiel im BDMP Dienstpistole 1 und 2, da steht es in der Dienstpistolenliste mit drin. Haptik, Gewicht und auch Optik gefällt mir persönlich wirklich sehr, sehr gut. Eine schöne Waffe. Also, wenn ihr Interesse an dieser Waffe habt oder einer anderen, dann meldet euch einfach bei uns. Und mit der entsprechenden Erwerbsberechtigung könnt ihr dann natürlich bei uns über den Waffenhandelbäcker erwerben. Seien auch keine Sportschützen, steht aber kurz davor, euer Sportschützenjahr zu vollenden und euch fehlt noch die Waffensachkunde, die könnt ihr natürlich bei uns über die Schießschulebäcker gerne besuchen. Ihr habt ja noch keinen Erfahrung im Umgang mit Waffen oder wenig und wisst gar nicht, ob ihr Sportschützen oder Sportschützen werden wollt, dann besucht einfach Schnupperschießen bei uns über die Schießschulebäcker. Wo auch immer wir uns sehen voneinander hören. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.